Los, äh, willkommen zu Left 4, der 2. Wir sind im letzten Level angekommen, endlich. Und spielen jetzt das Konzert von Midgard Wilders. Konzert, Konzert, Konzert! Warum wird mir so schlecht? So, los geht's. Du wirst zum Boom, oh mein Gott. Oh, jetzt kommen wir mal richtig zum richtigen Thema. Mit dabei sind... Ja, genau. Begrüßt euch selber. Pike991. Hi. Aufsinnig bin ich dabei. Als, hier, Nick, als, ja, mir egal. Nee, Alice heißt du eigentlich, aber... Ich weiß Alice? Ja. Die Telefonsoftware. Bin ich gay? Ja. Du wirst nämlich... Wie immer, Saju ist immer dabei. Sie wird... Sie wird... Sie ist so cool. Sie werdet ihr auch nie wegbekommen. Smoker und Speeder zusammen, ey. Was ist das für die Kombi? Okay, da machen wir es jetzt so, wie... Saju, wir stellen uns oben wieder hin. Hier so oben. Weißt du, da, wo die jetzt alle stehen. Hä? Hä? Hast du da? Ja. 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 Wir stellen uns auf der Adrenalin auch drin. Da will ich eben schnell hin. Hunter, auf. Böse. Böse. Midi-Packs. Armes Schuss, Hunter. Ja, Leute, wie ihr da hinrennt. Oh. Ich werde die ganze Zeit geschlagen. Hier kann ich wegrennen. Midi-Packs. Oben. Eins, zwei, drei, vierhundertfünfundzwanzig. Hört die Fresse? Ich muss sagen, jeder hielt sie immer kurz. Nee, Alter. Ach, ich halte mich noch nicht. Erst null T, die jetzt gut sind. Pum. Pipe-Bombs. Pipe-Bombs, Mann. Pipe-Bombs. Da. Wo sind Pipe-Bombs? Oh, wir tun hier ja die, keine Ahnung, hinstecken. Was ist das? Feuerwerk? Ja. Helft mir, die komischen Teile da vorne hinzulegen. Warum hier vorne? Was bringt das? Hey. Ah, hier. Wo war nochmal Pipe-Bombs? Sag mir mal bitte. Sind da mal welche? Wo bringen sie hier zum Schutz hin? Und wenn die dann kommen, machen wir sie Boom. Ja, hier kommt das ziemlich viel. Weißt du, habt ihr die Kampagne schon mal durchgespielt? Ja, haben wir. Scheiße, wa? Die erste Kampagne, die ich wirklich durchgespielt habe, ist die erste. Das ist meine zweite Kampagne. Oh, Infektionszenten. Voll schlimm. Müssen wir auch noch spielen, ne? Das letzte Level. Was ist das denn? Ah, das ist ein Pipe-Bombs. Ich habe mir gerade wegetan. Aua. Ich habe Benzin gefunden. Wo soll ich denn meine Raketen hinwerfen? Irgendwo, wo es toll ist. Irgendwo, wo man gut trefft kann. Hey, hier in Moltoff. Wie wäre es, wenn ich jetzt mal hier vor die Treppe werfe? Schön verteilt so. Achso, nein, geht es ja nicht. Denn lege ich dir mal. Hier hin. Hier hin. Okay, wer drückt die knappe? Wo sind Pipe-Bombs? Ich finde keine Pipe-Bombs. Mach ihr die von hier? Hier ist ein Defi. Ich mache es auch einen Trailer. Da haben wir. Also meine Figur macht es auch einen Trailer. Ey, äh. Sag mal, wo sind Pipe-Bombs? Ich nehme mal den Defi. Dein, wo? Wo hinten? Okay. Ja, Sayu, dann nimm den. Warte. Ah. Du wirst das irgendwie machen, dass wir dein Medipack nach vorne nehmen können. Hä? Ach, egal. So. Habt ihr alle nachgeladen, alle Waffen, die ihr habt, also die nachlagbar sind? Ich mache mal noch Sniper. Ich mache die Lichter an. So, geht in die Ecke da, schon mal. Wenn ihr alles habt. Ach, soll ich hier nicht hoch? Okay. Da in die Ecke, wo Sayu jetzt hinrennt? Okay, geht sofort hin. Das ist taktisch am besten. Sagen wir es mal so. So, Pavel, du drückst den anderen Knopf. Pike, wo Sayu ist? Yo, ich wollte nur noch irgendwie meine Waffe wechseln, weil ich hatte Sniper dabei. Weil ich dachte, ich geh zu der Oben hin. Gut, die ganzen liegenden hier. Jetzt hab ich die Sniper gerade weggelegt. Meine Güte. Use, fuck es alles. Pavel, dann nimm du Sniper. Nein, ich habe schon gelungen, ja. Ne, jetzt zu spät. So, ein. Warte. Wir müssen jetzt auf Pike warten. Okay, ich sag dir mal das alles. Ich guck mal im Bild einmal, ob da im Bild drin ist. Passt du da auf die Tür da auch auf mit? Ist er? Auf welche Tür? Auf die Tür? Da ist irgendwann der Eingang. Eins, zwei, drei. Egal. Achte auf alles am besten. Ach, hier. Ich brenne. Machst du das nicht immer? Du musst auch noch da hinten das am Dings anzünden, ne? Wo? Anmachen. Hast du die Kampagne jemals gespielt? Ja, eh, aber schon eine Weile her. Ist schon lange her, ne? So, soll ich denn auf diese Kanister da hinten alle schießen? Erst wenn die Zombies kommen. Pavel, beeil dich. Renn. Renn, Digga, Renn, Digga. Hinter euch. Ja, wie krank er ist. Pike macht gar nichts. Geil. Jetzt, jetzt wäre perfekt. Auf die Dinger außen schießen? Ja. Oh mein Gott. Hilfe, Alter. Aber ich kann nicht zielen. Moment jetzt. Du konntest noch nie zielen. Sei nicht so gemein. Ja, ich bin nicht gemein drauf. Komm hierher, Pavel. Ich sag euch, das wird eh wieder failen, weil niemand hören kann. Ja. Wot, ich stehe die ganze Zeit in der Decke. Ja, ich auch. Hunter. Unten. Sayu. Ja, ich muss nachladen. Uah. Hey. Wie seht ihr an auf Pavel? Ganz stur. Ganz stur auf Pavel. Das ist ein Smoker. Wenn es genehmigt ist, ich bin dran. Das ist ein Smoker. Der macht ihn kaputt. Ich kann nicht, wenn der dazwischen steht. Ja, ja, Sayu. Gib mal nicht an, Mann. Nachladen. Die Musik ist genial. Tank. Da drüben. Oh, oh. Wo ist der? Da. Ach, da. Kann man hier. Ich weiß nicht. Oh, ja. Ja, das ist ein Smoker. Ja, kann jetzt so weit hinwerfen. Jetzt kann aber so weit hinwerfen. Uh. Er geht vor dir auf die Knie, Pavel. Oh mein Gott, meine Wacht ist bald leer. Meine auch. Dann müssen wir zusammen da hinten. Da kommt was in gerannt. Das wird eine fette, fette, fette Party. Gibt es die Band eigentlich wirklich mit Nightwriters? Glaub schon. Glauben muss die. Einer muss mit mir zur Munition rennen. Ja, ich komme mit. Ja, ich würde dann auch mitkommen. Na, dann sind wir wieder zu viele weg. Mein 20. Ich habe noch 11. Fahvel, kommst du mit? Wie ich nach Zeugen geht. Ja, super. Cool von euch, danke. Bin schon da. Musik ist klasse. Da feige ich zu die Direktion, ey. Ich habe sehr langsam und gerade. Ey, Fahvel. Ah, glaube ich mal. Dankeschön. Mal von hier oben habe ich mich gekillt, ey. So viele Engel müssen wir haben. Ja, einer. Hiiii, wurde voll gekostet. Lecker. Kein Wunder mehr. So, jetzt wüsstet, jetzt wüsstet, Pike. Gib mir eine Rückendeckung, ganz schnell. Wo bist du denn? Oh, okay. Dankeschön. Ja, ich bin alle ganz so lieb. Ich bin toll, dass ich so Fan bin, aber naja. Ja, die mögen nicht alle, weißt du, die Zombie ist sorry, dass ich nur zurückgegangen bin. Ciao, ciao. Wo ist der? Auf. Dankeschön. Die Musik gefällt mir richtig klasse. Ich höre gar keine Musik. Ja, ich habe Audio auch, eigentlich auch ganz leise. Wieder alle in die Ecke. Oh, oh. Dank. Also, ob er so tut. Hast du gesehen, wie er den Stein wieder fallen gelassen hat? Äh, wie. Dumm. Walker. Wo ist der? Wo sind zwei Leute? Wo landet der Heli? Wette, der landet jetzt dahinten. Ne, hier vorne ist doch klasse. Ah, hat die mal abgenommen, dann bin ich aber schneller, damit ich zum Heiligen. Äh, die gebe ich dir das dann. Dankeschön. Pai, komm. Ja, wutz. Wutz, wir haben es geschafft. Ja. Ah, wir sind gut. Seht ihr. Wir sind mit Night Rider. Ihr seid die. Ja, das hat mal wieder, naja, Spaß. Ging, geht. Ging. Ging, ging. Beim ersten Mal, es ist wie ein Mann, das ist so. Das war's, Dark-Karneval. Überlebende. Pike, als. 1 Stunde 17, alter Bors. Pavel, als. Äh, Alice. So, die andere weiß jeder. Wow, 1 Stunde, 17 Minuten. Schwierig, Schätze, Schlafe. Stufe normal. Seht ihr, wie fähig ich gleich bin, wenn die Kills kommen. Ich hab's nicht gesehen. Der Worte, Rohrbaum, 5. Ach, Nachkampfkills. 216. Wow. Getötete Hunter, 11. Getötete Boomer, 6. Getötete Smoker, 12. Getötete Ch- What the fuck, Jockey, wow. Ja, Pavi steht dir mal oben, man. Char-Char, 16 Stück, Alter. Von Pinguo, wenigstens Schaden erledigt. Hat am wenigstens Verbündete getroffen. Hat die Witsch am meisten gestört. Okay, das nicht. Vorüber. Meistens Verbündete beschützt, klar. Genau, ich kenne es insgesamt 24%. Ich bin so schlecht. Kopfschüsse, ich. 26%. Ja, wie, ja, ich bin hier drauf gezielt, bin ich zu blöd oder so. 2616 haben wir seit bei dieser Aufnahme gestorben. Ist so das gleich. Okay, das war's. Es hat Spaß gemacht. Bis zum nächsten Mal, wenn's heißt, Sai und ich und irgendeine andere Doofköpfe spielen mit uns Lev von der 2. Ja, ich hab die auch lieb. Bis dann. Ciao, Leute. Hauen sie rein. Okay, Papa, muss ich schön sagen.